Ich bin Dr. Nichols, der Manager dieser Fabrik. Ah. Es tut mir wirklich sehr leid, es ist ein furchtbares Durcheinander. Stellen Sie sich vor, man hat mich nicht über Ihren Besuch informiert. Ich habe versucht, die Sache aufzuklären, Professor Scott. Ich sagte schon, Professor, dass Sie extra den weiten Weg von Edinburgh hierher gemacht haben, um die Produktionsmethoden von Plexicorp zu studieren. Aber hier scheint niemand etwas darüber zu wissen. Das darf doch alles nicht wahr sein. Das ist nicht zu fassen. Da habe ich eine weite Reise von Millionen von Meilen gemacht. Tausend. Von mir aus auch Tausende von Meilen. Um zu einer Verabredung zu kommen, die fest vereinbart war. Professor Scott, ich mag mit dem Besitzer zu sprechen. Professor Scott, es ist doch alles in Ordnung. Dr. Nichols hat sich bereit erklärt, uns persönlich durch die Fabrik zu führen. Hat er das? Ja. Mit Vergnügen. Gut, das versöhnt mich wieder. Die Beleidenschaft wird gebeten. Gregory! Die Arbeiten haben es sauber zu halten. Halt. Professor, erlauben Sie, dass mein Assistent uns begleitet? Selbstverständlich. Übertreiben Sie nicht und bleiben Sie auf dem Teppich. Ich bin überrascht. Ihre Fabrik gefällt mir sehr, Dr. Nichols. Danke. Und ich muss Ihnen sagen, dass ich von Ihrem technischen Verständnis sehr beeindruckt bin. Tja, bei uns zu Hause heißt er der Wunderknabe. Tatsächlich. Ja. Darf ich Ihnen etwas anbieten, meine Herren? Dr. Nichols, vielleicht kann ich Ihnen etwas anbieten, was Sie interessiert. Ja. Ich habe gesehen, dass Sie immer noch mit Polymeren arbeiten. Noch? Mit was sollte ich denn sonst arbeiten? Tja, mit was? Ich werde versuchen, Ihnen das anders zu beschreiben. Wie dick müsste eine Ihrer Plexiglasscheiben sein von der Größe 60 mal 10 Fuß, wenn sie dem Druck von 18.000 Kubikfuß Wasser widerstehen soll? Oh, das ist leicht 6 Zoll. Wir haben solche Größen auf Lager. Ah ja, das habe ich bemerkt. Aber nehmen wir mal an. Nur mal angenommen. Ich würde mit etwas anderen Mitteln einen ähnlichen Kunststoff erfinden. Mit denselben Eigenschaften. Der aber nur einen Zoll dick ist. Das ist nicht eine tolle Sache für Sie, ne? Sie machen Witze. Vielleicht kann der Professor mal an Ihren Computer. Bitte. Computer? Computer? Oh. Hallo, Computer? Das da ist die Tastatur. Tastatur? Wie rückständig. Transparentes Aluminium? Na, ist das nicht eine tolle Sache? Aber es würde Jahre dauern, um die Dynamik dieser Matrizen herauszufinden. Ja, aber es würde Sie so reich machen, dass Sie sich alle Ihre Träume erfüllen können. Also ist das jetzt wertvoll für Sie? Oder soll ich einfach alles wieder löschen? Nein! Nein! Jetzt nicht, Madeleine! Was wollen Sie dafür von mir haben? Bitte, entschuldigen Sie uns einen Moment. Es ist Ihnen doch sicher klar, dass wir die ganze Zukunft verändern, wenn wir Ihnen jetzt diese Formel geben. Wieso? Oh, das kann doch alles auf seinem Mist gewachsen sein.